Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur diesjährigen Preisverleihung des ADKV Art Cologne Preises für Kunstvereine. Morgen wird die 43. Art Cologne ihre Tore schließen. Wir sind sehr gespannt auf die Bilanz, die der internationale Kunstmarkt zum Ende dieser Messe ziehen wird. Aus unserer Sicht hat die diesjährige Art Cologne wichtige Impulse gesetzt und ist ihre Aufgabe, Kunst zu vermitteln, mehr als gerecht geworden. Gerade auch wegen ihres neuen konzentriertes Konzert. Diese Aufgabe haben sich die Kunstvereine in Deutschland ebenfalls verschrieben. Ihr Beitrag zur kulturellen Vielfalt in Städten und Gemeinden ist nicht mehr wegzudenken. Der ADKV Art Cologne Preis für Kunstvereine ehrt daher immer eine Kunstvereine, dessen Engagement besonders vorbildhaft und innovativ ist. In diesem Jahr geht der Preis, der mit einem Preisgeld von 8.000 Euro verbunden ist an den Heidelberger Kunstverein. Herr Holten, ich darf Ihnen an dieser Stelle schon einmal herzlich gratulieren. Herr Prof. Dr. Michael Dias, Professor für Kunst und Bildgeschichte an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg und an der Humboldt-Universität Berlin, wird gleich die Laudatio halten. Zuvor jedoch darf ich das Wort an Frau Weg geben. Ja, guten Tag meine Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie in diesem Moment in der Funktion im Namen der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Kunstvereine, also des ADKVs, zu begrüßen. Der ADKV-K, Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Kunstvereine, vergibt diesen Preis eben gemeinsam mit der Messe Köln und dieses Jahr hat das der Heidelberger Kunstverein, wie wir schon gehört haben, unter der Leitung von Johann Holten gewonnen. Der Preis wird so vergeben, dass zunächst zwölf Nominatoren angefragt wurden, das heißt zwölf Kunstvereine waren von den über 200 Kunstvereinen im Wettrennen und als zweite Instanz kam eine Jury, die setzte sich aus Künstlern, Kuratoren, Lehrenden zusammen. Ich erwähne jetzt namentlich die Jury, es war da mit dabei Andrea Knobloch, Brigitte Franzen, Till Krause, Martin Engler und Nike Betzner. So ein Preis wird vergeben, nach bestimmten Kriterien wird versucht, eine Auswahl zu treffen. Es geht natürlich eben um die Bewertung, wie ein Kunstverein vermittelt, die Aufgabe zeitgenössische Kunst in möglichst breit gefächert und eine breite Öffentlichkeit zu vermitteln, bis hin zur kulturpolitischen Arbeit, die jeder Kunstverein auch sich zum Ziel setzt. Es ist auch des Weiteren gefragt nach neuen Kommunikationsformen, die zu vermitteln wären, ebenso aber auch die Vergegenwärtigung von vorhandenen Traditionen. All dies hat der Heidelberger Kunstverein mit Bravour getan und wurde dementsprechend dieses Jahr belohnt. Es freut mich sehr und ich übergebe jetzt das Wort an Herrn Prof. Dr. Michael Diaz. Vielen Dank, Frau Weg, vielen Dank, Herr Hug, für die freundliche Vorstellung und für die Einladung, hier aus Anlass der Preisverleihung sprechen zu dürfen. Es ist mir eine große Ehre. Die Laudatio als rhetorische Gattung ist seit der Antike und daher auch bis heute wieder eine recht einfach strukturierte Sache. Da im Vorfeld, wie Sie bereits gehört haben, die Nominatoren und eine Jury die kritische Prüfarbeit geleistet und in deren Rahmen alle für und wieder abgewogen worden sind, bleibt mir als Laudator ausschließlich das hohe Lob auf den diesjährigen Preisträger, den Heidelberger Kunstverein, repräsentiert durch seine Mitglieder, Förderer und Träger, seinen Vorstand und nicht zuletzt wohl auch seinen Leiter anzustimmen. Wer die in den letzten Jahren von den genannten geleistete Arbeit in ihren Grundzügen kennt, kommt zurückhaltend formuliert kaum umhin, sie nach Kräften zu würdigen. In drei kurzen Punkten möchte ich dies versuchen. Punkt 1. Es versteht sich von selbst, dass damit zugleich immer auch die allgemeine Instanz Kunstverein gefeiert wird. Demnach die tragende Idee dieser inzwischen rund 200 Jahre alten Institution, die in Sachen Kunst neben Museen und Galerien zu den Festen eines Systems gehört, dass sich der Präsentation und Vermittlung der Kunst, in diesem Fall vorwiegend der jüngeren und zeitgenössischen Kunst verschrieben hat. Dass Kunst und Verein überhaupt in einer Allianz zusammenstehen können, erstaunt immer wieder, jedenfalls mich, repräsentiert doch die Kunst, klischeehaft gesprochen, eher das Reich schier grenzenloser, teils auch anarchischer ästhetischer Freiheit, Gestaltungsfreiheit und der Verein auf der Gegenseite mit Verlaub, gemeinhin die Welt ängstlich bürokratischer und kleinkarierter Regulierung oder sogar Überregulierung. Aber offenbar ziehen sich in diesem besonderen Fall des Kunstvereins, wie der Volksmund immer schon wusste, die Gegensätze tatsächlich an und führen zu einer wechselseitig förderlichen Union. Zumindest so lange, das belegt der Blick in die Geschichte, wie die Betonung auf der ersten Silbe des zusammengesetzten Begriffs lag und liegt, demnach Kunstverein, eine Akzentuierung, der man typografisch auch dadurch Nachdruck verleihen könnte, dass man den Wortbestandteil Kunst immer groß und den Verein als Zusatz jeweils klein schriebe. Doch vielleicht rührte man damit zu stark an den Stolz und das Selbstverständnis einer ebenso traditions- wie erfolgreichen bürgerlichen Initiative, weil man dergestalt das tatsächliche Engagement der Mitglieder einer inzwischen mehr als 200 Konsortien umfassenden Gemeinschaft als tragendes Element und spezifisches Ferment im Rahmen dieser besonderen, ungewöhnlichen Konstellation oder sogar Liaison zu stark vernachlässigte. Von außen her, das heißt von einem Nichtmitglied betrachtet, zählt jedenfalls in erster Linie der jeweilige Auftritt der Kunst, ihre Auswahl, ihre Ausstellung und die daraus resultierende und darauf bezogene Form der Auseinandersetzung. Punkt 2. Gefragt, wie ich mir einen zeitgemäßen förderungs- und auszeichnungswürdigen Kunstverein vorstellte, würde ich wie folgt antworten. Er sollte es sich angelegen sein lassen, seinem Publikum jüngere und jüngste, bekanntere und weniger bekannte internationale Positionen der Kunst präsentieren, quer durch die Gattungen und Medien und dabei nicht in erster Linie auf einzelne Positionen, sondern stärker auf thematisch gegebene Gesamtzusammenhänge, Gruppenzusammenhänge setzen, die aus Fragen resultieren, die in den Werken der bildenden Kunst im Blick auf die Kunst selbst sowie in Bezug auf die gesellschaftliche und politische Realität aufgeworfen werden. Dass Kunst einen spezifischen Geltungsbereich und Aktionsradius innerhalb der Gesellschaft für sich behauptet und beansprucht, heißt nicht, dass sie sich damit aus der Wirklichkeit in ein Reich des bloß Virtuellen verabschiedete. Im Gegenteil, man verbindet sich, richtig aufgefasst zumindest, kaum intensiver und nachhaltiger mit der Welt als durch die Kunst, eine Weisheit Goethes, die für beide Seiten, für die Schaffenden wie für die Betrachtenden gilt. Dieses Vermögen der Kunst ihre ebenso sinnliche wie kritische, erkenntniskritische Qualität als ungemein wertvolles Potenzial vor Augen zu führen und sichtbar werden zu lassen, wäre Aufgabe eines Kunstvereins, der sich dem Gedanken verpflichtet hätte, Ausstellungen als Instrumente oder Werkzeuge der Aufklärung oder in jüngerem Jargon, aber nicht weniger emphatisch gesprochen, als Produktionsorte neuer Wissensstrukturen zu begreifen. So ließe sich zum Beispiel über zwei Jahre hinweg eine Serie von Ausstellungen konzipieren, die unter dem Titel politische Wahrheiten und filmische Wahrheiten Fragen danach stellen, wie sich die Kunst der Gegenwart mit dem Thema Globalisierung auf diversen Feldern von der Politik bis zur Medienkritik auseinandersetzt, wie sie ihre eigene Rolle im aktuellen Prozess der Medialisierung begreift oder wie sie sich konkret zum Beispiel im Hinblick auf das Dispositiv Kino definiert und möglicherweise neu erfindet. Wichtig bei all dem wäre, dass den Werken der Kunst eine These nicht übergestülpt, sondern diese durch günstige Konstellation und Konjunktion aus ihnen heraus entfaltet würde, denn es geht ja nicht darum, die Kunst intellektuell zu bevormunden, sondern sie in ihren eigenen Worten zur Sprache zu bringen. Dass Kunst schön ist, aber viel Arbeit macht, wusste schon Karl Valentin. Dass Kunstvermittlung ebenfalls schön sein kann, aber nicht zuletzt auch wiederum großer Anstrengung bedarf, steht ebenfalls außer Frage. Und neben einem tragfähigen Konzept wäre dies in meinen Augen eine der wichtigsten Aufgaben eines herausragenden Kunstvereins, sich neben der intelligenten Auswahl und klugen Präsentation um die Ebene der Vermittlung und Übersetzung zu kümmern. Kunst versteht sich nicht, versteht sich von selbst, allerdings nur hin und wieder und für den Kundigen und zwar nicht, weil sie mit Defiziten behaftet ist, sondern weil wir, gemeint das Publikum, vielfach schlicht zu wenig in die Auseinandersetzung mit der Kunst investieren, zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Zeit, zu wenige Gedanken. Lässig ziehen wir an der Kunst vorbei, hier und da nicken wir freundlich zustimmend, gelegentlich lächeln wir sogar, oft aber runzeln wir die Stirn, schütteln den Kopf oder zucken die Schultern und begnügen uns mit einem großzügig gemeinten, naja oder immerhin. Begriffen haben wir dabei häufig nichts. Diese teils unbeholfene, teils dumme und teils auch arrogante Einstellung lässt sich aber durchaus ändern, wenn nur jemand freundlich und zugleich mit Nachdruck die Ansprüche und Maßstäbe zurechtrückte. Das könnte eine Aufgabe, eine Bildungsaufgabe unter anderem eines Kunstvereins sein, der seine Arbeit als Organ der Vermittlung zwischen Kunst und Publikum ernst nehme. Kunstvereine könnten aufgrund ihrer besonderen Struktur ideale Laboratorien der intensiven Auseinandersetzung sein, wenn sie sich ein wenig von der Idee verabschiedeten, Kunst sei selbstverständlich und ein geschicktes Arrangement etc. genüge bereits. Ich weiß, ohne Frage arbeiten sämtliche Kunstvereine an diesem Projekt und das seit Jahrzehnten. Aber auch in diesem Bereich innovativ zu sein, neue Formen der Vermittlung zu finden, könnte angelegen sein. Eine Form könnte die Publikation kleiner begleitender Hefte sein, die sich nicht scheuen, Begriffe und Zusammenhänge und das eigene Credo zu erläutern. Eine Handreichung für die Besucher, eine Art Vademekum oder Diskussionen oder Führungen oder Exkursionen. Ein wenig, so scheint es, ist die Anstrengung in Sachen Vermittlung den Ausstellungsmachern, die sich gern Kuratoren, also Fürsorgenden nennen, aus dem Blick geraten. Und das ist bedauerlich, sodass der Kunstverein sich große Verdienste erwirbe, wenn er sich verstärkt als Laboratorium und Trainingsgelände in Sachen Kunst verstehen begreifen würde. In Sachen visueller Alphabetisierung hapert es in unserer Gesellschaft ungemein. Wir lernen lesen, schreiben und rechnen. Nur das Sehen als eine Form des Erkennens und der Analyse ist weiterhin unterbelichtet. Ein Kunstwerk aber lässt sich als Organon begreifen, das die Wahrnehmung irritiert und provoziert und kritische Erkenntnisse auf die ästhetische Spitze treibt. Daran in Form der Auseinandersetzung anknöpfend, lässt sich einiger Aufschluss über die Welt ihrer Islands und Ghettos erwarten. Punkt 3, der letzte Punkt. Gefragt, wie ich mir annäherungsweise den idealen Leiter oder die ideale Leiterin eines Kunstvereins vorstelle, würde ich Folgendes ausführen. Aus gegebenem Anlass behalte ich die männliche Form bei meinem Versuch eines Profils bei. Er könnte zum Beispiel aus dem benachbarten Ausland stammen, das schafft Distanz und er könnte von Kindesbeinen an Ballettunterricht genommen haben und eventuell sogar einige Jahre als Tänzer an einem norddeutschen Opernhaus gearbeitet haben. Denn das führte nicht nur zu einer vorbildlich guten Haltung, Körperhaltung ist gemeint, sondern wiederum zu einer gesicherten Außenposition, was den Bereich der bildenden Kunst anginge. Ein Studium der Kunstgeschichte, möglichst an einer Berliner Universität absolviert und mit einem Magistergrad abgeschlossen, vielleicht sogar mit einer Arbeit über kuratierte Ausstellungen, in welcher Positionen von Harald Seemann bis Hans-Ulrich Obrist diskutiert worden wären, könnte dabei durchaus sinnvoll, weil hilfreich sein. Parallel zum Studium könnten eventuell in freien Projekten erste kuratorische Erfahrungen gewonnen worden sein, teils sogar mit eigenen künstlerischen Ambitionen in Sachen Video verbunden. Dies zusammengenommen wäre für einen jungen Mann, so um die 30, eine gute Grundlage, um ins Amt eines Kunstvereinsdirektors berufen zu werden. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass es irgendwo einen Kunstverein gäbe, der sich diesen Schritt, einen Anfänger zu berufen, zutraute. Anschließend hätte der Kandidat in kurzer Frist ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen und den diplomatischen Weg zwischen Sküller und Charybdis, sprich den vielfach skeptischen, an Tradition orientierten Erwartungen der Mitglieder und den eigenen Ambitionen zu beschreiten, ohne an den Klippen auf der einen oder anderen Seite zu scheitern oder auch nur anzuecken. Der Erfolg bei den Besuchern und in der Presse sowie bei befreundeten Einrichtungen, die anfragen würden, ob man die eine oder andere Ausstellung auch übernehmen könnte, hätte ihm bzw. seinem Konzept Recht gegeben. Auch das größere Ausstellungshäuser, darunter Museen, auch die von ihm gezeigten Künstler oder Künstlerischen Arbeiten, seien sie von Simon Starling oder Marcel van Eden, aufmerksam würden, wäre durchaus als Anerkennung der eigenen Arbeit zu erachten. Dass Videokunst, Film und Fotografie neben Malerei, Grafik und Installationen nicht zu kurz kämen, wäre ebenfalls wünschenswert. Vielleicht aber ist das alles auch viel zu viel verlangt. Schließlich bedarf es sehr großer Energie, riesigen Engagements und ungebrochener Lust an der Kunst und ihrer Vermittlung, dies alles zu bewerkstelligen. Und im Hintergrund einen Verein, der dies alles per Zustimmung und Einräumung der notwendigen Freiheiten großzügig garantiert. Kann es das alles aber im System deutscher Kunstvereine überhaupt geben? Die Jury behauptet ja und hat den ADKV Art Cologne Preis dem Heidelberger Kunstverein und seinem Leiter Johann Holten zugesprochen. Der Zufall will es, dass diese Entscheidung mit dem oben aufgestellten Kriterienkatalog übereinstimmt, sodass sie das Gesagte selbstverständlich auf die genannte Einrichtung im deutschen Südwesten und den amtierenden Direktor übertragen können. Ich gratuliere sehr herzlich dem Verein, seinem Vorstand und dem Leiter sowie der Kunst im Allgemeinen. Lang lebe die Kunst und das hier nur in groben Zügen skizzierte, ebenso ambitionierte wie innovative und engagierte Heidelberger Modell. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe nochmals die Ehre, den Preis zu vergeben. Es handelt sich hier um ein Kunstwerk von Felicitas Roden namens Wurmloch. Felicitas Roden ist eine Künstlerin, die naturwissenschaftliche Phänomene in spielerischer Form oftmals in Installationen umsetzt. Hier also ein Energiefeld, das dem Heidelberger Kunstverein mit dem Preis zu ist, ist es möglich, noch mehr Energie weiter wählt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das Geld, was ja damit vollkommt, wohl dann später per Überweisung. Aber der Preis ist ja ein schöner, auch weiteres Energiefeld von uns. Ich bedanke mich natürlich bei allen, bei Jury und bei der ADKV dafür, dass dieser Preis auch gekommen ist. Aber ich bedanke mich eigentlich noch in erster Linie nicht bei der ADKV, sondern bei den Künstlern, bei den Künstlern, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, hier in meinen ersten drei Jahren, seitdem ich 2006 als junger Mann ohne eigentlich Erfahrung oder rechtlichen großen Netzwerk nach Heidelberg kam, die mich alle vertraut haben, die alle zugestimmt haben, dort auszustellen, neue Werke zu produzieren, auch finanziell waghalsige so Projekte zu realisieren, weil ohne denen wäre der Kunstverein ja selbst, wenn er so engagiert, wie das jetzt beschrieben wird, geleitet wird, eigentlich gar nichts. Deswegen vielen, vielen Dank an alle Künstler, die den Heidelberg Kunstverein ausgestellt haben. Dann natürlich auch vielen Dank an Laudata Michael Diers, bei dem ich auch mein Studium in Berlin ja abgeschlossen habe, vor gerade dreieinhalb Jahren, gerade kurz vor dem Preis bekommen habe, dann bei ADKV und bei allen anderen, die hier auch beigeholfen haben. Vielen Dank. Vielen Dank.